äh gegen jace doranschiert korean potter ich empfiehlt ignor bot das kann ja was werden oh miras teclat Was ist das denn? Rett einfach mit. Also der war ein komplett Bad Row von dem. Und ich soll einfach den schlechten Play von dem einfach mitnehmen oder was. Dann macht der gar keinen Sinn. Lauf einfach mit. Macht den schlechten Play. Genauso wie er. PP Hands. No! Are you kidding me? Alter, zieht den fast raus. Warum zieht der den weiter aus dem Türet raus? Ist der dem fast geholfen? Ich habe meine erste Kombo verkackt. Wenn ich jetzt allein gewesen wäre, hätte ich den niemals tot bekommen. Oder können Sie Türet raus? Nigeria- Der ist scheinbar get Así! Das war's für heute. Warum haben wir den Eric jetzt bei 1000 Age Spielen auch nicht fertig gemacht kurz? Weiß das wer? Ne. Würd ich auch nicht. Arme Yomi. Aber schon Satisfying, den zu töten, wenn der da so alleine steht. Oder sie. Das ist doch voll Satisfying. Wenn die so auf den Sack geht, man sie nicht fokussen kann. Auf einmal kann man sie richtig schön töten. Das war's für heute. 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 Und ich weiß, wie der Champion sein soll, ist schon... Das passt. Finde ich. Besonders jetzt auch mit der neuen Ultimate und so was. Das ist schon heftig. Ich weiß nicht. Au. Äh. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Wo wollen sie hin? Du bist tot. Du bist tot. 40% DDR, Alter, ist halt... Auch der Hammer. Katus redet. Yes. Katus. Oh mein Gott. Ich bin extrem fast dead. Katus R-Knopf. Ich hätte einfach Base gehen sollen. Ich hätte nicht auf die hören sollen. Fuck mein Eifel mit dem Play da. Ich hätte einfach Base gehen sollen. Are you kidding me? Ich habe kein Reset für den einen Kill bekommen oder what? Oh mein Gott. Alter, ich kriege da ein Reset. Ich töte alle. I end this game. Das will ich da sehen. Wunderschön. Du 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 du. du 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 I am Oblivion I am Destruction Seid ihr auch Doom and Destruction? Eure Toilette Insane Puh weiß ich nicht ey Puh Sperr Puh Sperr Puh Sperr Ich reine noch Damage aner Fak mei Fiddle hat doch gesagt, er wird das Game enden. True. You won, cause I didn't care. Time to report, cause retard. Daaaah. Oh ja, ich muss first picken. Ich hab Bock auf Pyke, alle. Schönes Rundchen Pyke. Was? 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 Es ist zu crazy zu spielen mit deinem E und W, das du die behut zum Einsatz. Weil, wenn du damit failst, dann kann es sehr schnell Böse enden. Oder ein bisschen dead. Es ist halt ein sehr robener Champ, von daher ist es nicht unbedingt gigawichtig, die Top zu gewinnen. Okay. Ok, so, Mobis sind da, ich hole mir ein bisschen mehr einfach, schonmal, kann eigentlich nicht schaden. Später für Hanks Rinker. Oh, sexy, oh my god, das war actually fucking sehr sexy, oh my god, ein Auto-Attack. Nicht so worth, absolut nicht worth actually, ich darf jetzt nicht am Anfang ultilen, weil der wird, sobald er den Execute-Range, weil da sieht er ja auch, also wo der Bar ist, eigentlich ich weiß gar nicht, sieht er das? Muss ein bisschen chillen mit meinem Execute. Execute. Geheben, Geheben... Ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht Yo 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 Super Galaxy Punishment Delivery Mode Ah, so I have to make sure if my phone decues him Nice, Hikari Oh my god! Ich bin in das Binding rein, Alter Das hätte ich viel ruhiger spielen müssen Nicht so fucking radikal mit mir rein und so Das war too much Immer weg, immer weg Oh my god, guck dich mal an Fucking Triple Kill, easy Ich hätte chillen sollen, warum chill ich nicht? Viel zu, viel zu deep Die Lantern nicht nehmen sollen Fikes Sustain ist halt wirklich schon krass Aber dafür ist halt, wenn du... Ja gut, ist halt irgendwo auch fair Weil du kannst halt kein HP bauen Ah! Ah! Auf dem Account ist es halt richtig RIP, auf dem Account ist es halt dead.